Was wir hier definiert haben, das sind erstmal Worte. Worte, die wir irgendwie konstruieren und induktiv aufbauen. Wir müssen unterscheiden zwischen diesen regulären Ausdrücken und der Sprache, die durch einen regulären Ausdruck definiert ist. Das machen wir wie folgt. Wir definieren jetzt eine Abbildung L, immer für Language, haben wir bislang immer verwendet. Wir haben einen Automaten, wenn wir den betrachtet haben, haben wir immer die von dem Automaten akzeptierte Sprache betrachtet. Bei Grammatiken genauso und hier machen wir es jetzt auch so. Wir konstruieren uns eine Abbildung L, die geht jetzt von den regulären Ausdrücken in die Menge aller möglichen Sprachen. Das ist gerade hier Potenzmenge von Sigma-Stern, das sind sozusagen alle möglichen Sprachen, die wir konstruieren können. So, und diese Abbildung, die definiert jetzt basierend auf einem regulären Ausdruck eine Sprache. Und auch die definieren wir induktiv. Und wir sagen, so, wenn wir einen regulären Ausdruck haben, bestehend aus nur einem Zeichen, dann ist die Sprache gerade die Sprache, die aus diesem einen Zeichen besteht. Oder aus dem Wort, was genau aus diesem einen Zeichen besteht. Als regulärer Ausdruck das Epsilon, das leere Wort. Davon die Sprache ist wieder die Sprache, die nur aus dem leeren Wort besteht. Leere Menge, das ist die leere Menge. So, und jetzt wird es eigentlich spannend. Wenn wir zwei reguläre Ausdrücke haben und betrachten die Sprache L von R plus S, dann ist das gerade die Sprache basierend auf dem einen regulären Ausdruck vereinigt mit der Sprache basierend auf dem anderen regulären Ausdruck. Das gleiche bei der Konkatenation L von, also die Sprache definiert durch R nach S, oder ja, R konkateniert mit S, ist, wir nehmen die eine Sprache und konkatenieren die mit der anderen Sprache. Klammern können wir einfach weglassen, steht hier nur drin in dieser Regel. Und deswegen, ja, L, R gesternend, da können wir den Stern auch nach außen ziehen. Also, wichtig, wenn wir sowas haben, das ist ein regulärer Ausdruck. Und als solches ist das erstmal ein einzelnes Wort. So, dann haben wir noch das hier. Das ist eine ganze Sprache, L von diesem regulären Ausdruck. Da muss man unterscheiden, generell. Im Kontext der Veranstaltung werde ich das aber versuchen, sozusagen, zur Vereinfachung führen wir beides zusammen. Das heißt, wir identifizieren. Soll heißen, wenn ich demnächst einen regulären Ausdruck verwende, kann das durchaus sein. Das ergibt sich dann aber aus dem Kontext, dass ich damit auch die gesamte Sprache meine. So, und auch hier wieder definiere ich mir meine ganze Sprachklasse. Und zwar die Sprachklasse, jetzt hier so ein geschwungenes REG. Das ist die Klasse sozusagen der Regular Expressions. Bezeichnen wir die Klasse aller Sprachen über Sigma, die sich durch reguläre Ausdrücke beschreiben lassen. Ja, es ist also sozusagen L vereinigt, L angewendet auf dieses KleinREG, also die Menge aller regulären Ausdrücke. Ja, und einfach mit REG, das ist die Vereinigung aller regulären Sprachen. Das heißt, die Menge sozusagen der Sprachen, die sich durch irgendeinen beliebigen regulären Ausdruck über unserem zugrunde liegenden Alphabet beschreiben lassen. Und zwar zur Regel. Also, die Musik werden die Klasse Knights in der Kalining des Klasse. Oder zuóstü, die können die Regel werden. Und zwar so, wie es das aus der Grundrege ist. Das ist die Möglichkeit, die Menge an der Klasse zu machen. Und zwar so, wie ich hier aus der Grundrege schaden, dieudelung aus der Klasse. Und zwar so, wie es das aus der Grundrege ist. Was die Bestowerte zu organisiert sind, das ist das aus der Grundrege sind. Also, wie wir die Kriste sind reflektional zu gucken, Und zwar so, wie wir die Kriste sind. Und zwar wie Boys Klasse.